Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, in Marzahn-Hellersdorf bewerbe ich mich erneut um das Direktmandat für den Bundestag. Wohlwissend, dass drei Berliner Direktmandate auch ein Auffangnetz für die Linke bundesweit sein können. Aber ich bin keine Pessimistin, sondern eine Linke. Deshalb baue ich darauf, dass wir am 26. September zweistellig in den 20. Bundestag einziehen. Dafür werde ich, dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Seit über einem Jahr überschattet die Corona-Krise nahezu alle anderen relevanten Themen auf den ersten Blick. Auf den zweiten offenbart sie wie eine Lupe, was generell schiefläuft. Berufstätige werden verbal als systemrelevant geadelt und real mit Niedriglöhnen abgespeist. Das ist systemarrogant. Das Öffentliche wurde kleingespart, der Militärhaushalt weiter aufgebläht. Die Reichen werden immer reicher, übrigens auch in der Krise, und die Armen immer zahlreicher. Ich könnte die Aufzählung fortsetzen. Corona ist also mehr als ein medizinisches Problem. Corona ist eine gesellschaftliche, mithin politische Herausforderung. Das werden wir, das wird die Linke weiterhin erhellen und für einen überfälligen Politikwechsel streiten. Gelegentlich lese ich, nach der Corona-Krise werde alles anders und vieles besser sein als vor dem. Mit Verlaub, so viel naiven Optimismus widerspreche ich heftig. Wird es nach Corona mehr Gerechtigkeit geben, also weniger Kapitalismus? Wird es mehr Frieden geben, also weniger Militarismus? Wird es mehr Umwelt- und Klimaschutz geben, also weniger Fatalismus? Nein, das alles braucht mehr linkes, gesellschaftliches Engagement von möglichst vielen. Und deshalb geht es im laufenden Wahlkampf nicht nur um uns und Stimmen für uns, sondern es geht um einen gesellschaftlichen Aufbruch mit uns, mit der Linken. Natürlich ist die soziale Frage das Markenzeichen der Partei Die Linke. Aber bitte nicht verengt, wie ich es zuweilen höre. Die drohende Klimakatastrophe ist womöglich die derzeit größte soziale Frage. Und wer sich mit der Digitalisierung befasst, weiß, Wir leben inmitten des größten gesellschaftlichen Umbruchs seit 200 Jahren mit widerstreitenden sozialen Folgen. Da muss Die Linke im 21. Jahrhundert dran sein. Auch in diesen komplexen Zusammenhängen bleiben Bürgerrechte und Demokratie meine zentralen Themen. Sie sind übrigens auch im Umgang mit der Corona-Pandemie bedroht. Das darf nicht unwidersprochen sein. Derzeit beschränken Regierungskreise an gewählten Parlamenten vorbei verbriefte Bürgerrechte. Einer allgemeinen Sicherheit wegen, heißt es. Das ist undemokratisch und nicht akzeptabel. Und deshalb hat die Bundestagsfraktion Die Linke dazu einen Gesetzentwurf für die Schaffung eines Pandemierates eingebracht. Das ist sehr viel mehr als die Schaffung eines Gremiums. Das ist demokratische Befassung und nachvollziehbare Beschlussfassung. Soziale Rechte und Bürgerrechte dürfen nie mehr gegeneinander ausgespielt oder hierarchisiert werden. Das ist meine Lehre aus dem Scheitern der DDR. Derzeit werden beide, Soziale und Bürgerrechte, erneut, ja Kapital, zur Disposition gestellt. Dagegen treten wir, tritt Die Linke an. Hinzu kommen weitere Herausforderungen. Rechtsextremismus und Rassismus finden zunehmend Widerhall. Mein Problem dabei ist nicht primär die AfD mit ihren rassistischen und faschistischen Flügeln. Zu ihr bzw. gegen sie habe ich mich klar geäußert. Gefährlicher ist eine gesellschaftliche Grundstimmung, die sie trägt. Das hat Ursachen. Laut Professor Heidmeier ist die neoliberale Politik maßgebend dafür, dass die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zunehmt und ebenso die Akzeptanz von Gewalt als Politikersatz. Gegen die asozialen und undemokratischen Fehlentwicklungen gibt es derzeit nur eine wirkliche Alternative. Die Linke. Kurzum, wir brauchen einen grundlegenden Politikwechsel. Debatten über AfD-Verbote helfen dabei wenig. Forderungen nach Eingreifen der Ämter für Verfassungsschutz schon gar nicht. Im Gegenteil, wir bleiben dabei, Geheimdienste sind aufzulösen. Aus diesen und weiteren Gründen bin ich aus Erfahrung überzeugt, wir werden ein starkes linkes Team, auch Spitzenteam sein. Gesine, Efrim, Udo, Pascal, all die anderen, die Katina hier vorgestellt hat, und natürlich Gregor, ich bin dazu bereit und bitte um eure Zustimmung. Danke. Applaus Vielen Dank.